reflexive Verben sich abmelden Ich möchte mich vom Newsletter abmelden. Er hat sich von der Konferenz abgemeldet. sich ändern Menschen können sich ändern, wenn sie es wollen. Das Wetter ändert sich oft im Herbst. sich an Freunden Ich habe mich mit meinen Nachbarn angefreundet. Ich habe mich mit meinen Nachbarn angefreundet. Sie möchte sich mit ihren Kollegen anfreunden. Sie möchte sich mit ihren Kollegen anfreunden. sich aufhalten Wir haben uns den ganzen Tag in der Stadt aufgehalten. Er hält sich oft in der Bibliothek auf. sich aufregen Warum regst du dich so auf? Warum regst du dich so auf? Sie regte sich über die Verspätung des Zuges auf. Sie regte sich über die Verspätung des Zuges auf. sich ausdrücken Ich kann mich gut ausdrücken Ich kann mich gut ausdrücken Sie hat Schwierigkeiten, sich in Fremdsprachen auszudrücken Sie hat Schwierigkeiten, sich in Fremdsprachen auszudrücken sich rasieren Ich rasiere mich jeden Morgen Ich rasiere mich jeden Morgen Er rasiert sich mit einem elektrischen Rasierer Er rasiert sich mit einem elektrischen Rasierer sich ausruhen Nach der Arbeit ruhe ich mich gerne aus Sie ruht sich im Garten aus sich beeilen Beeil dich, sonst verpasst du den Bus Er beeilte sich, um pünktlich zur Arbeit zu kommen sich beschweren Die Kunden beschweren sich über den schlechten Service Die Kunden beschweren sich über den schlechten Service Warum beschwerst du dich immer? Warum beschwerst du dich immer? Warum beschwerst du dich immer? sich bewegen Ich bewege mich gerne an der frischen Luft Ich bewege mich gerne an der frischen Luft Sie bewegt sich viel während des Trainings Sie bewegt sich viel während des Trainings Sich duschen Nach dem Training dusche ich mich immer Nach dem Training dusche ich mich immer Sie duscht sich morgens, um frisch zu starten Sie duscht sich morgens, um frisch zu starten Entschuldige dich für dein Verhalten Entschuldige dich für dein Verhalten Es tut mir leid Es tut mir leid Sorry Sich erholen Nach der Krankheit brauche ich Zeit, um mich zu erholen Nach der Krankheit brauche ich Zeit, um mich zu erholen Sie erholt sich nach dem stressigen Projekt Sie erholt sich nach dem stressigen Projekt Sich erinnern Ich erinnere mich an unsere gemeinsame Zeit Ich erinnere mich an unsere gemeinsame Zeit Sie erinnert sich oft an ihre Kindheit Sich freuen Ich freue mich auf das Wochenende Ich freue mich auf das Wochenende Sie erinnert sich über die guten Nachrichten Sie erinnert sich über die guten Nachrichten Sich interessieren Ich interessiere mich für Kunst 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 Er interessiert sich für politische Themen Er interessiert sich für politische Themen Sich kämmen Sie kämmt sich die Haare vor dem Spiegel Sie kämmt sich die Haare vor dem Spiegel Ich kämmen mich jeden Morgen Ich kämmen mich jeden Morgen Ich kämmen mich jeden Morgen Sie konzentrieren Sie konzentriert sich während des Studiums Sie konzentriert sich während des Studiums Sich langweilen Mir ist langweilig Mir ist langweilig Sie langweilt sich in dieser Sitzung Sie langweilt sich in dieser Sitzung Sich melden Bitte melden Sie sich, wenn Sie etwas wissen Er meldete sich bei seinem Vorgesetzten Er meldete sich bei seinem Vorgesetzten Sich setzen Setzen Sie sich bitte hierhin Er setzte sich auf die Parkbank Er setzte sich auf die Parkbank Sich umarmen Wir haben uns herzlich umarmt Wir haben uns herzlich umarmt Sie umarmten sich zur Begrüßung Sie umarmten sich zur Begrüßung Sich umziehen Ich muss mich für die Party umziehen Ich muss mich für die Party umziehen Sie zieht sich nach dem Sport um Sie zieht sich nach dem Sport um Sie zieht sich nach dem Sport um Sich unterhalten Wir unterhalten uns gerne über Bücher Wir unterhalten uns gerne über Bücher Sie unterhalten sich über ihre Reisepläne Sie unterhalten sich über ihre Reisepläne Sich verabschieden Ich verabschiede mich und gehe nach Hause Ich verabschiede mich und gehe nach Hause Sie verabschiedeten sich mit einem Lächeln Sie verabschiedeten sich mit einem Lächeln Sie verabschiedeten sich mit einem Lächeln Sich verlieben Sie verabschieden sich mit einem Lächeln 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 Sie muss sich gut auf die Präsentation vorbereiten. sich waschen Ich wasche mich immer vor dem Schlafen gehen. Sie wäscht sich die Hände vor dem Essen. Sie wäscht sich die Hände vor dem Essen. sich weigern Er weigert sich, das Angebot anzunehmen. Ich weigere mich, das zu tun. sich wundern Ich wundere mich über die ungewöhnliche Farbe. Ich wundere mich über die ungewöhnliche Farbe. Sie wunderte sich über das plötzliche Interesse. Sie wunderte sich über das plötzliche Interesse. sich zurecht machen Ich mache mich für die Party zurecht. Ich mache mich für die Party zurecht. Sie macht sich schnell für das Treffen zurecht. Sie macht sich schnell für das Treffen zurecht. sich verirren Wir haben uns im Wald verirrt. Wir haben uns im Wald verirrt. Er verehrte sich in der fremden Stadt. Er verehrte sich in der fremden Stadt. sich umsehen Ich werde mich in der Stadt umsehen. Ich werde mich in der Stadt umsehen. Sie sieht sich in den Geschäften um. Sie sieht sich in den Geschäften um. sich ablenken Lass dich nicht ablenken. Sie ließ sich leicht ablenken. sich ausziehen Ich ziehe mich aus, bevor ich ins Bett gehe. Ich ziehe mich aus, bevor ich ins Bett gehe. Sie zog sich am Strand aus. Sie zog sich am Strand aus. sich beschäftigen Ich beschäftige mich mit meinem Hobby. Er beschäftigt sich viel mit der Arbeit. Er beschäftigt sich viel mit der Arbeit. sich benehmen Man sollte sich in der Öffentlichkeit benehmen. Man sollte sich in der Öffentlichkeit benehmen. Er benahm sich unhöflich. Er benahm sich unhöflich. sich beruhigen Ich muss mich erst beruhigen, bevor ich antworten kann. Ich muss mich erst beruhigen, bevor ich antworten kann. Sie beruhigte sich nach einer Weile. Sie beruhigte sich nach einer Weile. sich beteiligen Ich möchte mich an diesem Projekt beteiligen. Ich möchte mich an diesem Projekt beteiligen. Sie beteiligte sich aktiv an der Diskussion. Sie beteiligte sich aktiv an der Diskussion. sich bewerben Ich bewerbe mich um die Stelle als Projektmanagerin. Ich bewerbe mich um die Stelle als Projektmanagerin. Sie bewerbt sich bei verschiedenen Unternehmen. Sie bewerbt sich bei verschiedenen Unternehmen. sich entscheiden Ich muss mich zwischen den beiden Optionen entscheiden. Sie entschied sich für das rote T-Shirt. Sie entschied sich für das rote T-Shirt. sich entwickeln Die Technologie entwickelt sich rasant. Die Technologie entwickelt sich rasant. Er entwickelte sich beruflich weiter. Er entwickelte sich beruflich weiter. sich fortbilden Ich möchte mich in meinem Bereich fortbilden. Ich möchte mich in meinem Bereich fortbilden. Sie hat sich durch Kurse weitergebildet. Sie hat sich durch Kurse weitergebildet. Möchtest du noch weitere Videos sehen? Jeden Sonntag ein neues Video.